Mr. Freakle Und ja, hier können wir ordentlich noch Pikmin, unsere Pikmin anhäufen. Na komm. Alles rausrupfen hier. Haben wir schon in der letzten Folge ordentlich was gesammelt. Wir müssen ja unbedingt wieder in eine Höhle, um die weißen und lilanen Pikmin zu kriegen. Ist auch ganz wichtig. So, brauchen wir noch blaue? Ähm, ich glaube ja. Ja, ich meine schon. So ein paar können wir mitnehmen. So, gehen wir erstmal mit denen hier los. In den, ab in den Krieg. Ach ne, wir können ja jetzt, ach ne, brauchen wir gar nicht. Wir können ja hier jetzt schon lang. Oh, hier ist so viel immer, ne? Komm, schnappen wir uns das mal gerade. Wenn es schon hier rumsteht, können wir uns das auch gerade mitnehmen. Egal. So. Dann kümmert sich Louis gleich nachher um die anderen. So, gehen wir erstmal wieder hier lang. Die Gegner sind weg anscheinend. Die wir letztes Mal hier hatten. Bin jetzt gerade den richtigen Weg gegangen. Ich glaube schon. Genau, hier war ja das Wasser. Dann hier runter. Und dann hier rauf auf die Brücke. Damit wir nicht ins Wasser laufen. Kommt ihr alle? Nicht ins Wasser fallen. Und da war da ja noch so ein Schatz. Na, genau. Hier kommen wir nur mit den Weißen durch. Wegen diesem Gift. Die Weißen sind ja immun dagegen. Schade, die ganzen Schätze sind weg. Das ist natürlich doof. Hier war so viel. Was hier noch rumlag. Naja, und hier sind dicke Kohlen. Und die muss ja wohl richtig viel Kohle bringen, oder? Was meint ihr? Also 300 muss die bringen. Wie können wir uns hier denn schnappen? So oben reinwerfen. Okay. Einfach nur hier so am Rand. Wie brauchen wir denn da? 30 oder 20? 30. Ach du Scheiße. Habe ich so... Ich habe so viele jetzt... Habe ich so viele jetzt dabei? Ne. Mir fehlen zwei. Scheiße. Fehlen sogar noch mehr. Mir fehlen vier Stück. Verdammt. Ah, ist doch wieder doof jetzt, oder nicht? Das ist doch jetzt doof. Ach, Mann. Kommt, dann gehen wir mal da hin. Ach, Mann. Ärgerlich. Das verbraucht wieder Zeit. Das ist doof. Naja, müssen wir mal schnell hinlaufen hier. Boah, hier schlägt es auch total aus. Hier muss auch irgendwo was sein. Hier oben drauf, oder was? Hier ein Schatz. Total, wie es ausschlägt. Kommen sie alle hinterher? Ja. Nicht, dass wieder einer irgendwo rumhängt, weil man zu schnell gelaufen ist. Ach, diese Zeitverschwendung. Hier wartet er schon. Kommt da. Mann, Mann, Mann. Das dauert. Na los, kommt hoch hier. Ja, jetzt aber. Randall. Können sie nicht, oder was? Alles voll hier. Na los, geht da ran. Jetzt aber. So, wunderbar. Oh ja, heftiges Teil. Dann bringt das mal ganz hin. Die werden ja wohl nicht durchs Wasser gehen, oder? Die werden wohl ganz gemütlich über die Brücke gehen, oder? Was meint ihr? Hoffe ich mal. So, die ging ganz woanders lang. Nee. Das sind wir gerade im Auge behalten, weil ich will nicht, dass die durchs Wasser gehen, sonst sterben ja die gelben. So, mal ganz kurz drauf achten. Kommt, helfen wir alle mit. Geht's dann schneller? Geht schon gar nicht mehr. 40 ist anscheinend das Höchste. Ja, wo gehen die lang? Ja, die werden wohl über die Brücke gehen. Das wäre ja sonst voll dumm. Ja, auf jeden Fall. Okay, das ist gut. Dann können wir hier schon mal weiter gucken, was hier noch so ist. Das muss ja auch einen Grund haben, warum wir die Brücke hier gebaut haben. Na, nach oben. Diese Rampe. Achso, ja, für die Höhle. Stimmt ja. Ah, was ist das jetzt? Schon wieder eine Höhle entdeckt. Es hat sich bezahlt gemacht, auch die entferntesten Winkel zu erkunden. Zwar sind sie sicher schon durch den langen Fußmarsch ermüdet, aber nur einen Sprung trennt sie jetzt noch von den Schätzen. Dann werden wir gleich reingehen, würde ich mal so sagen. Aber ich guck mal gerade. Wir brauchen auf jeden Fall alle da. Alle Pikmin brauchen wir da. Das heißt, wir müssen dann wieder zurück und uns die Pikmin holen. Oder Moment, ich mach das anders. Zack. So einfach. Ey, warum bleibt der nicht hier? Doof oder was? So. Können wir da erstmal hinlatschen. Dann erkunden wir die Höhle. Da freu ich mich doch schon drauf. Wird wohl noch eine relativ einfache Höhle sein, weil das ja hier das erste Level ist. Ich bin noch nicht so weit gekommen, wa? Aber die nehmen wir jetzt in die Abkürzung. Das ist gut. Das ist sehr gut. Können wir noch ein paar Rote rausholen für gleich. Oh ja, da haben wir ja ordentlich. Aber nicht zu viele. So. Schalalala. So. Wie viel bringt das? Kommt, 200. Komm. Wenigstens. 120. Oh Mann ey. So eine dicke, geile Krone. Unsagbares Wunderwerk. Okay. Hätte ich echt mehr erwartet. Naja. So. Können sogar noch ein paar mehr rausholen. Haben wir noch gelbe? Ne, ne? Doch. Holen wir den Rest mit gelben. Zack. Haben wir 100 am Start. Passt das ungefähr? Alles ganz gut aufgeteilt. Jetzt können wir da hingehen. Und dann erobern wir mal die geile Höhle. Mal sehen, was da abgeht. Obwohl ja hier auch noch irgendwo ein Schatz ist, ne? Ach ne. Das schlägt ja eine falsche Richtung aus. Stimmt ja. Ich muss hier andere Richtung ausschlagen. Ja, hier hoch. Bloß nicht runterfallen, Freunde. Aber ihr wisst ja, wie man geht, ne? So, da warten schon die anderen. Ich bin jetzt etwa 100. So. So. Haufters kommen jetzt alle auch vernünftig hiermit hoch. Weil ich glaube, es müssen auch alle so mit... Okay, es fehlen noch welche. Wo sind die anderen jetzt? 15 Stück. Oh. Was machen die denn da jetzt? Kommt doch mit, Leute. Sind wir jetzt 100? Wie bleiben die denn stehen? Es fehlen immer noch drei. Mann. Warum bleiben die denn stehen? Kommt schon. Zu kalt hier, oder was? Die sollten nicht erfrieren. Die sollten mitkommen. Vielleicht geht's auch in die warme Höhle. Wenn da so Feuerviecher auf uns warten, dann wird euch schon ordentlich warm. So, hoch hier und dann rein hier. Rein in den Kampf. Ja, ab geht's. Mal sehen, wie viel wir wieder rauskommen. Wie viel Pikmin. Ob es wieder nur 10 Stück sind oder so. Hauptsache, wir kriegen die Schätze, ne? So. Grenzlandhöhle. Oh, hier geht's direkt schon los. Das ist schon so komischer. Ah ja, das ist erstmal stärken. Das ist sehr gut. Oh, was geht denn? Was ist hier denn los? Gift, oder was? Ach, scheiße. Direkt schon so ein komisches Gift. Scheiße. Direkt schon fünf Stück gestorben. Kann ja wohl nicht wahr sein. Sieben Stück schon gestorben. Direkt am Anfang. Ich glaub's ja nicht. Tja, so schnell geht das, Leute. So schnell. Direkt alle am abkrebeln hier. Aber okay, davon lassen wir uns nicht. Oh, was ist das denn? Ich glaub, da müssen wir aufpassen. Das sieht nicht so gut aus. Oder? Ah, geht noch. Das war jetzt auch nicht so böse. Oh, diese komischen Giftkäfer. Ah, nicht sterben. Nicht sterben. Mein Gott. Komischen Giftbanausen. Oh, da ziehen wir uns rein. Was ist da denn? Anscheinend nix. Boah, schon neun Stück gestorben. Mann, Mann, Mann. Ja, immer her mit der Kohle. So, wo jetzt lang? Was haben wir hier noch so? Der 2-2-3-4. Oh. Noch so ein Vieh. Nein, nicht sterben. Diese komischen Giftkäfer, ey. Die sind heftig. Schon, greift diese Bestie an. Nicht durchdrehen, Freunde. Nicht durchdrehen. Komm schon, ich muss hier heilen. Jetzt drehe ich hier völlig durch. Boah, haben wir voll viel schon von dem Zeug. Voll gut. Boah, hier sind noch mehr gestorben. 13 Stück schon. Diese Käfer sind aber echt brutal. Ich vergiften. Einfach übelst. Oh, irgendwo ist hier ein Schatz. Anscheinend verbuddelt und ich komme nicht ran. Irgendwo? Hier. In die Richtung? Nee. In die Richtung? Ah, okay. Hier. Scheiße. Verbuddelt. Ich habe keine weißen. Nein. Das ist natürlich schon mal ganz schlecht. Würde ich mal so sagen. Das ist schon mal ganz, ganz kacke. Tja. Dann können wir es nicht holen. Scheiße. Das ist kacke. Ich hätte zwei weiße gehabt, aber ich dachte, komm, die wollen wir mal nicht mit reinnehmen hier. Naja, was soll's. Dann müssen wir weiter. Das ist ja nix. Ich hoffe, ich kann da noch irgendwo weiße Pikmin regenerieren. Wäre wichtig. So, was haben wir hier so schönes? Okay. Verunnötig irgendwie, dass das hier alles so ist. Aber okay. So, ein bisschen die Welt verschönern. Ah, die sehen aber... Ach, die Drecksviecher mit den Kugeln schon wieder. Die sind nicht gut. Die sind gar nicht gut. Oh oh. Auffassend. Diese Kugelfiecher. Ey, die sind scheiße. Die sind böse. Da muss... Oh, jetzt besonders. Wo wir hier so viele haben. Aufpassen auf diese Kugel. Na gut, okay. Alles schon vorbei hier. Komm, direkter Hardcore-Angriff auf alles, was sich bewegt. Auf alles, was sich bewegt. Direkt alles angegriffen. Oh, hier ist schon ein Schatz. Das war mal ein richtiger Hardcore-Kämpfen hier. Alles weg schaffen hier. Das war gut. Das war doch saftig. Das gibt Kohle. Na, ein Weihnachtsstief. Passt ja fast. Wir haben ja schon bald Weihnachten. Zeichen des Fortschritts. Ja, schön. 85, ne? Ist doch gut. Jawohl. Jawohl. Sehr schön. Alle mitkommen wieder. So, was haben wir hier noch? Sonst noch irgendwas? Ne, ne? Ja, wie gesagt, es ist ja das erste Level. Also... Deswegen ist es hier nicht... Oh, noch ein schönes Geschenk. Das ist doch cool. Wie kommen wir da am besten ran? Wahrscheinlich hier hoch, ne? Denke ich mal. Und dann von hier aus hochwerfen. So. Das ist doch schön. Haben wir noch was? Das passt ja fast. Ist ja bald. In einem Monat ist schon Weihnachten, Leute. In einem Monat. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade. Vielleicht auch dann nur noch in drei Wochen oder so. Ungefähr so in dreieinhalb Wochen, glaube ich. Ist Weihnachten. Ja. Ja. So, das Geschenk noch mal war es, das hier, ne? Schade, dass wir gerade nicht die zwei Weißen mitgenommen haben. Hätten wir das eine Teil ausbuddeln können. Schade. Dann hätte ich vielleicht alles holen können hier. In dieser Höhle. Aber okay. Oh, Behälter der Freude. Ja, das stimmt wohl, ne? So. Hier ist jetzt hier nichts mehr. Jetzt können wir als nächstes Sub-Level. So, ab geht's. Und los. Ja.